Was ist denn das? Oh, Alter! Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Schulfahr und herzlich willkommen zu Rot. Ja, Rot. Das Spiel heißt tatsächlich Rot. Und hört euch diese wunderbaren Waldgeräusche im Hintergrund an. Jedenfalls heißt das Spiel Rot und ist wohl so eine Art Psychotriller und soll wohl... Triller. Habe ich gerade ernsthaft Triller gesagt, Alter? Jedenfalls heißt das Spiel Rot und ist wohl so eine Art Thriller. Mensch, das war gut. Und soll wohl ziemlich gut sein und wir werden das Ganze jetzt spielen, Freunde. Vergesst natürlich wie immer nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Okay, wir sind im Spiel. Wir sind in einem Auto drin. Nein. Das sind Flashbacks. Okay. Wow. Es klingelt. Das sind Flashbacks to beware, Leute. Rot. Shit. Da steht der Name. Digga, gehst du auch mal an dein Handy dran? Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall einen Autounfall. Wenn das unser Charakter ist da vorne. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Und ich weiß es auch nicht. Oh, ich... Au! Ich musste klicken. Mensch. Ein Hinweis wäre schön gewesen. Ah, okay, Freunde. Jetzt sind wir auch tatsch. Also unser Typ da vorne war auf jeden Fall der Charakter. Beziehungsweise der Typ da vorne. Das waren wir. Hey, das sieht nicht gesund aus. Okay. Oh, da draußen ist eine Frau! Holy shit! Was ist denn? Jetzt ist sie weg! Aber sie... Die Gazinas Aliens! Hey, wir gucken mal da, wir gucken mal da! You alright? Sieht nicht... Oh, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie! Hey, ich helfe ihnen! Ich helfe... Ich helfe... Ich helfe ihnen! It's okay! It's... It's okay, I'm not... I'm not gonna hurt you! Ich helfe ihnen, ich helfe ihnen! Lady, ich helfe ihnen! Hä?! Sie hat gesagt, wir sollen weggehen! Haben wir sie... Lol. Wir sind wieder im Auto. Okay, ich geh nochmal ra... Digga, was geht hier ab? Okay, wir hatten definitiv irgend so eine Art Autounfall, glaube ich. Obwohl, warte mal, wie ist das Auto hier gekommen? Hier ist nicht mal eine Straße. Hier sind irgendwelche Bäume umgeknickt und so. Und hier steht einfach unsere Karre. Der Kofferraum ist offen. Und die Windschutzscheibe ist gesplittert. Und hier sind halt überall kaputte Bäume. Sind wir von der Klippe da runtergesprungen? Ist das hier irgendeine Stuntshow? Ich weiß es nicht, Leute. Aber wie erkunden wir die... Hey, da ist ein Haus. Warte mal. Aber das Haus sieht so aus, als wäre es gar nicht wirklich da. Seht ihr das? Hier leuchtet es so übel hell. Ich geh mal in Richtung von dem Haus, Freunde. Wow. Ey, das Spiel ist mega strange. Aber die Grafik ist nice. Okay, Hauptsache jetzt einfach so eine Bude. Mitten auf der Gasse, Alter. Was ist hier los? Das ist das Telefon! Okay, ich hab mein Telefon aufgehoben. Die Geräusche hören auf. Kann ich hier reingehen? Nee. Oh. Hört ihr das? Wie so ein Fliegeralarm, Alter. Hä? Ey, Freunde, ne? Es ist ja bis jetzt noch nichts passiert, aber ich hab irgendwie übelst Gänsehaut gerade vor dem Spiel, Mann. Holy shit. Ich kann auch nicht sprinten. Boah, was ist hier los? Ich will zurück in mein Auto. Ich will ins Auto. Es ist... Ah, es ist rot. Das macht Sinn. Digga, kann ich zurück ins Auto? Was ist... Äh! Was ist denn das? Oh, Alter! Nein! Himmelarsch und... Zwirn gebammelt. Himmel, Herrgott, Sakramenten rum und lass mich hier ruhig. Lauf weg. Ich kann auch nicht sprinten, aber ich bin schneller als das Vieh. Was auch immer das war. Es sah aus wie die Frau, nur in... Alter. Und die Sonne leuchtet jetzt rot. Eben hat sie irgendwie gelb geleuchtet. Muss ich überhaupt hier reinlaufen? Bin ich hier überhaupt richtig? Oder... Oh, oh, Leute, hier ist Sackgasse, ne? Ich kann hier nicht weiter. Ich muss zurück. Ich... Ich will aber nicht zurück. Da ist das Biest. Warte mal, folgt mir das? Warte mal, so schnell ist das ja nicht, ne? Oh, hi! Hi, wie geht es? Oh! Ja! Totenstille? Hinter mir leuchtet's. Vor mir leuchtet's. Freunde, es ist grad komplett... Freunde, es ist grad komplett... Die Musik ist komplett aus. Keine Schrittgeräusche, nichts. Ich hab hin... Ja... Huh! Zurück im Auto. Was geht hier ab, Mann? Okay, unser Handy liegt jetzt aber neben uns. Okay, wir gehen mal dran. Oder so? Jetzt ist die Frau wieder da. Hier ist unser Handy. Da ist die Frau. Die Frau legt sich hin. Und ruft um Hilfe. Ihre Augen leuchten rot oder so, ne? Kann ich irgendwas... Ich kann nichts machen, Freunde. Geh an das Handy dran, Mann! Okay, wir packen das Handy weg. Und... Ne, wir... Wir sollen uns erinnern. Irgendwas stimmt mit uns nicht. Was ist jetzt passiert? WTF? Was passiert hier? Irgend... Schießt irgendjemand aufs Auto? Oh, wir haben ne Waffe in der Hand? Alter, was passiert hier? Was passiert hier? Ich hab keinen... Ich weiß nicht, worum es geht. Wir sind... Wir sind wieder aus dem Auto draußen. Wir hatten eben ne Waffe in der Hand. Habt ihr das gesehen? Das Handy ist immer noch da drin. Wir haben auf irgendjemanden geschossen. Aber auf wen und warum? Und irgendwer hat ja auch auf uns geschossen. Hier ist ein Walkie-Talkie. Ich hab jetzt ein Walkie-Talkie in der Hand. Alter, ich schwöre euch. Die Background-Sounds oder diese ganze Hintergrund-Musik ist so abartig. Ich kann mich nicht erinnern. Nein, ich kann mich nicht... Pass raus. Pass raus. Ich kann... Zurück im Auto. Oh, ne Waffe haben wir jetzt auch. Oh, shit. What's going on, Alter? What? Ist die Frau hier? Ist die Frau hier? Da ist das Haus. Die Frau ruft hier irgendwo um Hilfe. Ich hab keine Ahnung von wo. Das Geräusch bewegt sich. Wieso? Davor. Who the fuck is this? Oh. Oh, oh. What the hell is happening to me? Hi. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich... Oh, da sind mehrere. Ich kann mich nicht erinnern. Lasst mich in Ruhe, man. Ich hab nichts damit zu tun. Ich hab nichts damit zu... Get back to your vehicle. Okay, zurück zum Auto. Ab ins Auto. Ab ins Auto. Oh. Da vorne leuchtet irgendwas. Shut up! Shut up! Shut up! Fuck! Kann ich irgendwas machen? Da konnte ich irgendwas... Ich kann irgendwas anklicken. Warte da! Ich kann... Hö! Hö! Oh, raus aus meinem Auto! Ich bin kein Taxi! Blackscreen? Oh, es wird langsam hell. Oh, wir sind wieder raus aus unserem Auto. Digga! Das ist mit Abstand eins der abgefucktesten Spiele, was ich je gespielt hab. Alter, da wirst du ja zum Psycho, wenn du das spielst. Junge, Junge, Junge. Da hört ihr diese Geräusche. Das ist so ekelhaft. Was ist das? Das ist noch ein Auto. Das ist unser Auto. Das... Das ist unser Auto. Das ist... Das ist... Das ist unser Auto. Oh, hi. I'm back. Was... Kann ich jetzt... Ich kann hier irgendwas... Ich kann hier irgendwas... Ich kann hier irgendwas... Alter, was passiert hier? Ich bin wieder draußen. Ich bin... Äh... Ich lauf einfach. Ich lauf... Warte mal, da hinten ist doch noch... Da hinten war noch irgendwas. Totenstille. Okay, wir sind wieder irgendwo. Rotes Licht in unserem Auto. Diese ultra-creepy Sounds haben aufgehört. Hier ist das Walkie-Talkie. Ich nehm's wieder auf. Ich kann mich nicht erinnern. Hört auf, nachzufragen. Ich kann mich nicht erinnern. Oh. Auf der Motorhaube vom Auto. Das Handy klingelt. Kann ich... Kann ich bitte an mein Handy dran? Ich kann mich nicht erinnern. Sterben wir? Was? Ich verstehe das alles nicht. Was passiert hier? Was passiert hier? Hatten wir einen Autorumfang und sind gestorben? Da draußen liegt das Handy. Rot. Was ist hier passiert? Was? Ey, überhaupt kein Input. Was ist hier passiert? Based on Rot. Bei Corridor Digital. Hä? Freunde, ich hab keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ich... Keine Ahnung. Wir hatten kurz vorm Ende nochmal irgend so ein Flashback von wegen We're losing him, we're losing him. Also wir verlieren ihn. Wir verlieren ihn. Klang so wie aus einem Krankenwagen oder so. Und dann war da ein Handy, wo stand von wegen Ich steh im Stau. Ich vermisse dich. Und die einzige Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe ist, ist, dass unser Charakter am Sterben ist und in so einer Art Delirium lag und gar nicht wusste, was abging. Dass unser Charakter genauso wenig wusste, was abging, wie wir gerade. Aber das ist nur eine Theorie. Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber das Spiel war immer mega abgefuckt. Jesus Christ. Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Euer Tüber verabschiedet sich. Und... Wow. Das war definitiv interessant. Ja, wir sehen uns im nächsten Tag. pletten Ludwig. Bis zum nächsten Mal.